Hallo und willkommen zu Goldwash Alaska. Falls das so heißt. Weiß ich gar nicht. Wir haben wieder ein Time-Management-Game. Find baggage of all passengers. Ah, guck mal. So, dann nehmen wir doch alles mit, ne? Gut, dass man hier... Oh, Faddy da. Warum, äh, äh. Was bedeutet? Willst du mich verarschen? Ich guck hier gar nichts mehr. Was haben wir denn da? Ach, ich muss alle durchsuchen. Wie seid ihr denn drauf? Nimm das. Was muss ich denn hier machen? Das haben wir schon verwirrt hier. Da, da ist das so das Bild drin, ne? Vielleicht sollte ich auch erstmal gucken, was die wollen. Äh, äh, der ist da. Apfelkorb. Mhm. Mhm. Äh, äh, geigen Koffer oder was hat sein? So, naja, der ist ein bisschen groß. Äh, so ein schwule Teschkin. Haben wir das denn? Da. Auch nicht schlecht einfach so in einem fremden Gepäck so rum plünern. Naja, was muss, das muss. So, das haben wir da. Und eine Trompete. Wo ist die Trompete? Da. Dum, 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 dum. Aber mit Zeit hier. Ich geh im Stock. Watt willst du jetzt noch? Bücher und so ein lila net Ding. Dürfte der sein. Nein, das ist nicht der. Das ist nämlich er. Ja, ich weiß. Hade ich... ...ein Grün und so ein Ding. Der dürfte da sein. Wie sieht das denn aus? Was hat denn? Ich bin blind. Wild West Express. Oh, war ganz knapp, ey. Skippen. Ach, das ist ja Dings. Intro. Mach mal Relax Mode. Was ist los? Ui, wer schießt hier rum? Wasch vor Gold. Alaska. Ah, okay. Mal gucken, wie da so aufgebaut ist. Äh... Ist das schon eine Stadt hier? Ach, Select Level. Äh... Level 2. Boy. Click to continue. Okay. Skippen. Erstmal Nahrung sammeln. Okay, geht schon mal nicht. Dann sammeln wir hier Nahrung. Wie viel habe ich denn nur einen? Hm, das kostet... ...gut Nahrung. Okay. Wie viele Nahrung habe ich? Null. Na. Was ist das? Wie viel gibt da Dingen? Na, produziert 5. Gut. Gehen wir direkt hier runter. Was ist das denn hier für ein Hausboss? So. Hacken wir mal ein bisschen Holz. Lol, keiner direkt. Was will die denn? Was machst du denn da Schönes? Äh... Einmal Holz noch hacken. Und... Sammeln wir hier sowas. Und dann... würde ich sagen... bauen wir mal die Brücke. Ach, hier haben wir auch Holz. Hä? 20 Holz brauchen wir. Wofür auch immer. Nein. Nein. So, jetzt haben wir... würde ich sagen... Oh, ein Level geschafft. Okay. Ha, ha, ha. Ha, ha. Yippe, hey. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Hallo. Ah, wir können unsere Stadt tunen. Cool. Das ist ja cool gemacht. Na ja. Na ja. Erstmal Holz. Ach. Holz. Holz. Nahrung. Hier können wir nämlich einen kaufen. Machen wir aber direkt. Machen wir aber direkt. Machen wir mal den Müll weg. Ich brauche Nahrung. Aha. Was schießt du denn in die Luft? Was hat denn für ein Kampf? Oh, nicht schlecht. Bau das. Sammeln Nahrung. Und wo mache ich jetzt? Was ist das hier? Tüttvieh. Ha, wat'n Frick. Sammeln wir noch n bisschen Nahrung. Ja. Hmm? Hahaha. 30 Holz kostet. Hara! Ah, jetzt können wir den bauen. Okay. So, du sammelst nochmal Nahrung. Kann ich sonst noch mitmachen? Nee, das muss ich hier wegmachen. Collect 10 Gold. Was ist denn hier Gold? Bist du Gold? Ach, das war nichts. Ah, wir können Gold sammeln. Ach, 100 Gold hat das Ding. Scheiß Würfe, die kommen ja immer wieder, ey. Wie er wegrennt, ey. Ja gut, haben wir das auch schon geschafft. Sehr schön. Exzellent. So, was können wir hier noch schönes? Was möchtest du? Indians, Wickwam. Click to Start, okay. Wo bin ich denn? Ach, ich bin hier. Ah, du, mach den mal weg. Ach, da ist ein Stein im Weg. Und 10 Nahrung. Habe ich doch jetzt. Können wir direkt noch einen dritten holen. Schon wieder Nahrung, ey. Was willst du? Dann bohren wir erstmal Golddingen. Schon noch ein bisschen warten. Jetzt aber. Ach, kann ich schon bauen, okay. Nahrung, Nahrung. Hier unten ist auch nochmal Nahrung. So. Schönen Malochen, ja. Kannst du Nahrung pflücken? Ach, jetzt kommt er schon wieder, ey. Oh, machen wir den Stein weg. Kommen wir auch da oben ran, an der Exploration. Was soll mal das sein, so? Gold, den wir schon fleißig weiter sammeln. Ah, ein bisschen Goldproduktion. Ach so, wir können von denen kaufen. Okay. Verbrauchen wir 150, ja, super. Ah, da kommt der Scheiß-Wolf wieder. Jeder Ding ist leer. Ah, hat nur 30 Gold, okay. Okay. Nahrung sammeln macht Spaß, da, 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 da. Oh, ja. Oh, ja. Handeln wir mal wieder. So, Kamerat. Hat er locker fluckig. Was willst du denn? Ach, wir kriegen hier Aufträge. Ähm. Aha, angeln. 35 hat das. Na, jetzt holen wir es noch am dritten. Schön alles abfarben hier. Okay. Und Gold sammeln. Und, können wir noch machen. Zack, 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 zack. Ach, wir können sogar noch eine holen. Ähm. Hm. 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 Okay. Das ist alles leer gefarmt, ne? Was ist denn, wie die abgehen? Gold, 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 Gold. Ich weiß noch nicht was wir... Fillser Hobbles, was wir Hobbles? Ach, wir können sogar noch eine, ey. Ah, haben schon maximal, okay. Gold Ding ist leer. Kommen wir uns mal den Indianern wagen. Gibt Gummiolle. Bruch, Nahrung, Nahrung, Nahrung. Gummiolle. Ich muss ja nur Gold sammeln, ne? Gibt doch mal Gallo. Ja, dreimal noch. Ne, zweimal. Oh, leer gefarmt. Eigentlich kann das Ding gar nicht leer werden. Da kommt ja immer wieder was runter. Wie die Updance, nein. Okay. So, ich glaub, jetzt kann ich... Natürlich nix kaufen. Was ist das denn für ein Brief gewesen? So, das ist mein Häuschen hier. Nahrung. Können wir das schon mal wegpölen hier? Ich brauche Now. Scho, scho, scho. Wer ist er denn hier unten? Grüß dich. Ach, 70 braucht er. Oh, ja. Noch farben wir die Bäume leer. Was soll's? Wixar, ey. Verkauft uns halt für teuer Geld. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Du bist vielleicht nix. Müssen wir Schlitzkloppen. Ach, ja. Hehe. Na, keine Nahrung. Das Ding hat nur 50 Gold. Scheiße. Dann geh mal rum, jeder. Ach, brauchen wir nur scheiß Nahrung. So, was müssen wir hier? Ach, die ganzen Exploration-Dinger. Na gut. Okay. Da-da-da-da-da. um hm Machen wir mal wieder One Speed Wir müssen ganz viel Gold sammeln So So Äh, was wollte der setzig, ne? So So Einmal noch Bezahl den guten Mann, junge Frau Okay Fertiiiig So 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 Dann haben wir dann auch hinter uns Dann machen wir hier mal einen Cut Und ich sag mal, ob ich denn So 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 So